Jetzt geht es gleich los und bevor die Fäuste hier Trumpf sind im Ring, noch ein paar bemerkenswerte Daten und Fakten zu den beiden Boxern. Der Herausforderer heißt Nikolaj Valujev. Er stammt aus St. Petersburg, aber nennt längst Berlin seine zweite Heimat. Ist 32 Jahre alt, wiegt 147 schlanke Kilogramm bei 2,13 Meter Körpergröße. Er ist seit zwölf Jahren Profi, hat in der Zeit 43 Kämpfe bestritten, 42 gewonnen, 31 durch K.O., ein Kampf geblieb ohne Wertung. Der Titelverteidiger, der Weltmeister, der World Champion der WBA, John Ruiz aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Titelverteidiger ist 33 Jahre alt, wiegt 107,8 Kilogramm bei 1,88 Meter Körpergröße. Er ist Profi seit 1992, hat 48 Kämpfe bestritten, 41 gewonnen, 28 durch K.O., ein Kampf blieb unentschieden. Der WBA-Delegierte heute am Ring ist George Martinez aus Kanada. Die drei Punktrichter der WBA sind Derek Milham aus Australien, Hector Hernandez aus Mexiko, Francisco Martinez aus Neuseeland und der dritte Mal im Ring ist Stanley Christodulo aus Südafrika. Meine Damen und Herren, es geht um die Schwergewichts-Weltmeisterschaft der WBA. Zwölf Runden zwischen dem Herausforderer Nikolai Valoyev und dem Champion John Ruiz. Wir sind beim zweiten Teil des ARD-Boxabends im ersten, die Schöne und das Biest, die Schöne haben sie gesehen. Das war Leila Ali, hier ist das Biest von der East, Nikolai Valoyev. Aus den schummrigen Niederungen des Jahrmarkts. Als er sich diesen Kampfnamen zulegte, unter der ihm zugeordnet wurde, hat er sich hineingeboxt in das Rampenlicht dieses Weltmeisterschaftskampfes gegen John Ruiz. Der in den USA gebordene Puerto Ricaner, der sich nicht schrecken lässt von diesem Namen, der gesagt hat, wenn er das Biest von der East ist, dann bin ich the best from the West. Und jetzt wollen wir sehen, ob er diese vollmundige Prognose auch hier im Ring umsetzt. Und schon in der Anfangsphase dieses Kampfes, beide in der Normal-, also in der Linksauslage-Boxen, die rechte ist bei beiden die Schlaghand, sehen wir, dass Ruiz einer derjenigen ist, die langsamer Boxen, die dann versuchen, in den Infight hineinzukommen und dort zu klammern, zu halten. Aber ob er das auch machen kann gegen diesen Koloss, gegen diesen 147 Kilogramm schweren Giganten aus St. Petersburg, das ist die Frage in diesem Geflücht. Auf die Führhand für das Ankommen von Nikolai Valujev. Der immer in den ersten Runden Defensivschwierigkeiten hat und zuletzt in Oldenburg gegen Larry Donald, auch in den späteren Runden, ein paar Mal schwer erschüttert wurde. Aber auf dem Boden ist er noch nie gewesen. In seiner doch nun immerhin schon 43 Kämpfe dauernden Profi-Kampf. Einfach soll er boxen, Double-Jab, also doppelt, die linke Führhand gerade herausstoßen und dann die rechte hinterher mitnehmen. John Ruiz wird versuchen, die Distanz zu verkürzen, hineinzukommen, näher an den Mann heran, in die Halbdistanz im Infight und dort seine Treffer zu lassen. Und dann hier taktisch, ganz gut zu sehen, gerade in dieser Szene, nachdem er seinen Angriff gestartet hat, leicht draufgelegt auf die Arme des Russen, damit da nichts passieren kann, dann anschließend. Zum Körper geschlagen und dann versucht zum Kopf abzuschließen von John Ruiz. Bessere Treffer, Van Ruiz jetzt vom Weltmeister gegen Nikolaj Valujev. Heiner Lauterbach, enger Freund der Familie Sauerland und immer dabei, wenn es um die ganz großen Dinge geht. Immer auf Distanz gehen, immer auf Distanz. Und dann kommt er mit dem Kopf schon, du musst ihn gar nicht kommen lassen. Immer mit der linken schon in Empfang nehmen und dann kommst du zurück. Und du musst immer auf dem linken Bein sitzen, immer zurücklehnen und dann kommt er schon mit dem Kopf, siehst du? Das musst du gar nicht zulassen. Du musst mit der linken schön spielen, die ganze Zeit. Mit der linken. Du weißt das ja alles. Mehr physische Dominanz, das ist ja auch kein Wunder von Valujev in dieser ersten Runde. Aber zum Schluss heraus, zwei, drei Treffer von John Ruiz, die Pausas, der Rosso umgekehrt. Anweisung mal in der Valujev-Ecke durch Manuel Gabriel Jansen, Coach, mit dem er seit fünf Jahren zusammenarbeitet. Die Linke herauspieken, so wie jetzt. Mit der linken spielen. Und dann, wenn er mit dem Kopf tief kommt, dann aufpassen. Schön mit der linken zweimal vorbereitet von Valujev. Wir machen Ihnen ja hier nichts vor bei Boxen im ersten. Das wird kein technisch großartiger Kampf werden, weil Valujev kann es gar nicht und auch der andere ist eher für seinen langweiligen Stil verschrieben in den USA. John Ruiz. Aber die Spannung, dieser unmittelbaren körperlichen Auseinandersetzung, die bleibt natürlich. Immer wieder die Linke von Valujev. Er versucht sich wegzuducken, dann die Distanz aufzulösen. Da muss Valujev aufpassen, da war eine Halbdistanz mal erfolgreich. John Ruiz und er kann dann dort in dieser Zone auch Kombinationen schlagen, so wie er das gerade getan hat. Mit der rechten drin, aber ohne große Wirkung. Stank ist Todulo, der Mann, der die meiste Erfahrung hat in der WBA international. Geachtet, der Kampfrichter, Mitglied der Hall of Fame. Also der Ruhm ist Halle des Boxsports seit 2004. Den Kanastota in New York. Wird hier des Öfteren Arbeit haben. Er mahnt jetzt die Ecke von Ruhe. Es ist ruhig zu sein, nicht hinein zu schreien. Noch einmal sagt er, ich schmeiß dich aus der Halle. Kein großes Tempo, keine große Technik. Das war im Vorfeld dieses Kampfes auch nicht zu erwarten. Es gibt sogar Experten, die maßen, dass John King, ein Schützling, ja, promotionsmäßig John Ruiz ist, dass er diesen loswerden möchte, seinen langweiligsten Weltmeister, und gar nicht mal etwas dagegen hätte, wenn Valujev hier geht. Don King, der mächtigste Promoter im Boxsport. Und auch hier, trotz Rauchverbot, mit Skar. Also du musst ihn zu dir holen, er muss sich bewegen. Eine Sekunde, noch, Moment, Moment. Mehr Wasser aufs Gesicht. Und pass auf auf diese Schwinge ins Gesicht, da du musst dich bewegen, du musst dich mehr bewegen. Immer um ihn rum. Nimm nicht die Dampen, das haben wir gerade noch gehört. Wir haben es gesehen in der Zeit, zwei herausgestochenen Lücken, Führhände von Nikolai Valujev, der körperlich ausstrahlen soll, dass er der stärkste Mann der Welt ist. Das hat man ihm sozusagen als Taktik mit auf den Weg gegeben, auch in diesen ersten Runden. Uli Weken hat ihn immer wieder ermahnt. Zeige ihm, dass du da bist, dass du deine Gewichtsvorteile von 40 Kilo auch nutzen und einsetzen kannst. Du wirst davon in späteren Runden profitieren. Ab und zu mal das Tempo variieren. Dann einen Akzent setzen, wie Uli Wegner sagen würde, der dort mit in der Ecke steht und beratend in Funktion tritt. Beim Gespann Valujev, Gabrielian zum Beispiel den langen rechten Aufwärtshaken. Den hat er gefordert. Viele Maltbewegungen bei Ruiz, der sich bewegen soll, nicht stehen bleiben soll, auch seitwärts ausweichen soll, kein festes Ziel bieten soll für den Russen. Kopf tief bei John Ruiz, wenn er in den Mann hinein ging. Der springt manchmal fast hinein. Auf der Smban jetzt eine Rechts-Links-Kombination des Puerto Ricaners. Wenig Spektakuläres in dieser dritten Runde. Valujev ist der Herausforderer, vergessen wir das nicht, von ihm muss ein bisschen mehr kommen. Er hält sich zurück, hat auch Respekt vor der Routine und der Kampferfahrung. Der Kampferfahrung des Quiet Man aus Bosn. Dürfte ein bisschen actionreicher werden im vierten Durchgang. Da hätten wir alle nichts dagegen, denke ich. Und das gilt auch für diese beiden Herren. Beide Weltmeister. Arthur Abrahame, Mittelgewicht am letzten Sonnabend übertragen in Leipzig gegen Ikeke. Und Markus Bayer, der demnächst wieder boxen wird. Bei uns im ersten Vertragsverlängerung, ja, vor kurzem mit Sauerland. Den Katjusche-Einsatz, den Katjusche-Plan, eine Serie. Von der Seite und dann gerade. Und dann wird er schon einstecken müssen. Von links, von rechts und dann von der Seite. Genau so. Warte mal. Immer schon hinhalten. Dann lässt du ihn kommen und dann schlägst du zu. Verstanden? Sehr gut, es läuft alles gut. Lass ihn mal kommen, genau so, kaltblutig. Sie werden gehen und dann brauche ich nicht. Zweimal die Linke für Hand und dann erwarten sie, dass Ruiz den Kopf runter nimmt und herankommt. Und dann soll er den rechten Aufwärtshaken, der dort in der Ecke auch angedeutet wurde von Gabriel Jan. Sozusagen nochmal Zeichensprache gegeben, auch von Uli Wegner. Dann soll er den einsetzen, um Ruiz zu knacken. Zweimal die Linke. Double-Jab, herausgestochen, herausgepiekt von Nikolaj Valujev. Rechts-Links-Kombination von Ruiz. Zwei, drei schnellere Hände jetzt mal von Valujev, der sich aber weiterhin vor allen Dingen auf seine linke Führhand verlässt, jetzt mal die rechte mitnimmt. Wieder die Linke ins Gesicht von Ruiz. Klagetisch. Ja? 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 Das ist super, sehr. ist der gewichtsvorteil von nikolaj baylujev und die 25 zentimeter die er mehr mit in den ring bringt ist das später ein vorteil wir müssen ein kleines fragezeichen setzen bei ruhe ist schon zwölf mal die zwölf runden distanz gegangen ist und jemand ist der auch hinten heraus noch kondition hat und stamina wie die amerikaner sagen aber immer wieder mit dem kopf zu tief und das muss bist du du jetzt trennen sein durchhaltevermögen sein willen das ist seine stärkste waffe hat norman stone gesagt der mann den sie vorhin in der ecke bei ruhe ist gesehen haben wie er ein gebürtiger boss das ist dieser jab and grab style wie die amerikanischen experten john ruiz auch gelegentlich beschreiben kommt runter rein mit dem jab und dann anschließend klammern halten das versucht er auch jetzt hier aber trifft jetzt zwei mal deutlich bessere treffer für john ruiz die mich diese runde geben viele prominente in der halle susanne von borger die haben wir gesehen und axel schulz darf natürlich nicht fehlen wenn es ums schwergericht geht hat er dreimal versucht unter wilfrid sauerland die wm zu erringen du musst strategisch was ändern was ist das denn mit der linken musst du mit ihm spielen und dann mit den jabs kommen immer die taktik ändern von links von rechts wenn wir schon so arbeiten dann werden wir gewinnen aber ruhig blut schön mit der linken arbeiten und dann zurückgehen immer mit der linken dann hältst du schon aus auch da war zu sehen dass ruiz hinten raus mit seiner ganzen routine dann auch noch mal die punktrichter beeindruckt die herren george martinez aus kanada derrick milham aus australien und hektar hernlandes aus mexico in dem er noch zwei drei treffer setzt und es waren in jeder runde bisher die besseren treffer bei ruiz wieder so eine klammer situation spötter haben ja gemeint es geht hier nicht nur um den gürtel der wba sondern auch um den im griechisch römischen stil sie schätzen ihn nicht den mann der immerhin der erste lateinamerikanische weltmeister im wehrgewicht wurde nach seinem zweiten kampf gegen die wende real deal holly field 2003 empfang beim präsidenten der vereinigten staaten bei george w bush und in puerto rico dem heimatland seine eltern wurde er zum helden des volkes erlagt angedeutet aber slow motion viel zu langsam von valujev um anschließend daraus kapital schlagen zu diese variabilität die gefordert wurde von manuel gabriel jahren in der pause habe ich bisher noch nicht feststellen können bei valujev um sechs mal die linke und dann die rechte mal mitgenommen und dann wieder das typische ruiz springt rein hält fest ruiz gilt als der schwächste der vier amtierenden weltmeister in den bedeutenden verbänden schwächer als schwächer als lehmann bruster und schwächer als hasim rockmann dem vitali klitschko nachfolger ein geschenk hat uli wegner gesagt für nikolai valujev aber bisher hat der schwierigkeiten oder wladimir sehen sie das anders also ich sehe das genau so dass war lief hat schwierigkeiten oft mit dem stil von john ruiz er muss natürlich mehr seine körpergröße ausnutzen er ist einfach ein kräftiger und nicht so viel zurückgehen er muss mehr aggressiver mehr mit dem linken jab das tut er aber er muss auch viel mehr dann nach dem linken jab bringen das tut war läuft noch nicht von einer seite ist kann ich kann das aus beschreiben vielleicht er sammelt noch die kräfte für die letzten runden das werden sehen vielleicht dass sie die taktik das war die situation wo die rechte man mitgenommen wurde von valujev aber das gab es bisher zu selten hat auch unser experte gerade angemahnt haben sich noch mehr druck muss von ihm ausgehen sammig nicht nur über die körper sprache sondern auch über die aktionen im ring wir nähern uns der hälfte des gefechts das bisher in erster linie von der spannung lebt und wahrlich nicht von der klasse ich sehe vorteile bei john ruiz bisher von den fünf runden dürfte er mindestens drei auf seiner seite haben eine vielleicht unentschieden eine könnte man für valujev geben also auf meinen punkt zettel ist davon john ruiz diese aufwärts haken die rechten von valujev die müssen aus der langen distanz kommen den infall oder in der halb distanz haben sie nicht mehr genügend wirkung da ist die hand vielleicht schon viel zu lang und dann noch richtig druckvoll am körper oder am kinn von ruiz zu landen nach wie vor dasselbe bild valujev gelegentlich mit der linken für hand aber ohne die ganz große dominanz kommt das in den späteren runden gegen larry donald hat man das erwartet da war es aber nicht so in oldenburg da ist er glücklich davon gekommen mit einem knappen punktsieh ruiz der schon weg war nach seiner niederlage gegen tony seinen rücktritt erklärt hatte dann diese natürlich rückgängig machte als sich herausstellte dass tony gedobt war kämpft hier um eine weitere millionenschance 42 Siege von Valujev. 31 K.O. Wobei man sagen muss, es waren nicht immer die spektakulären Schläge, nach denen der Gegner dann einfach zu Boden sank und nicht mehr aufstehen konnte. Es war auch oft einfach diese physische Überlegenheit, die er ausgedrückt hat im Ring, die er etabliert hat, an der die Gegner dann psychisch scheiterten. Aber bisher verkauft sich Ruhe es tapfer. Das dürfte auch die Ehefrau nicht anders sehen. Und daneben der Schwiegervater von Valujev, ihr Vater. Nicht nur gemeinsamer Jagdfreund des Russen aus St. Petersburg, sondern auch sein Mannschaft. Alles ist unter Kontrolle. Ich weiß, was du spürst, das weiß ich ganz genau. Hör mir zu. Du musst ihn angreifen, das tust du gar nicht mit der linken, mit der rechten, von der Seite, sonst gar nichts. Und dann müssen die Serien kommen, die machst du gar nicht. Lass ihn gar nicht spazieren gehen. Links, rechts, links, rechts von der Seite. Zu zweit schreien sie dort auf hinein in der Ecke. Der eine auf Russisch, Manuel Gabriel Jahn. Und dann Uli Wegner auf Deutsch. Eins, zwei. Das wird der Russe verstehen. Er ist oft genug hier in Berlin. Hat sich auch in Zinovitz wieder vorbereitet an der Ostsee. Dort Konditionen getankt. War in Armenien im Höhentrainingslager. War in Kienbaum. Er hat alles gemacht, was man mitbringen muss. Er hat sich gequält. Er hat über 100 Sparringrunden absolviert. Aber das hat auch John Ruiz getan. Unter anderem mit Jamie McLean, der hier ebenfalls in Berlin im Tross von Ruiz mit angeweist ist. Schöne Linke von Ruiz auf der Außenbahn geschlagen. Muss jetzt beide Fäuste doppeldeckungsmäßig hochnehmen. Bei Luiz, da hat er gelegentlich Probleme. Schiebt jetzt selber mal die Rechte rüber. Aber kann den ganz großen Druck nicht entfallen. Die Jabs haben John Ruiz bisher nicht besonders wehgetan von Valuia, weil sie oft doch auch auf die beiden hochgezogenen Fäuste von John Ruiz prallen. Da war er mal der rechte Auswärtshaken. Aber Ruiz hat es geahnt, antizipiert, war den Schritt zurück. Hat die Distanz verlängert. Weiße Handschuhe in einem Schwergewichts-Weltmeisterschafts-Fight haben wir auch noch nicht gesehen. War der ausdrückliche Wunsch des Weltmeisters John Ruiz, der die erste Wahl hat. Und als dann Valuiav schwarz suchte, beziehungsweise sein Coach Manuel Gabriel, gestern beim Regelmeeting sagte, Sauerland, Wilfried Sauerland, nein, er muss auch die Weißen nehmen. Denn bei den Weißen sieht man die Treffer besser. Leichte Blessuren bei Valuiav am linken Jochbein. Viel Prominenz heute am Ring zum Beispiel Muriel Baumeister, die wir herzlich begrüßen bei Boxen im Ersten. Oh, die Weißen einen spannenden Kaffee. So richtig so, reinspringen. Und weiter so. Und weiter, weiter so, bis zum Ende. Bis in die letzte Runde. Wasser, er braucht mehr Wasser. Das war gute Arbeit, Johnny, wirklich. Genau so richtig, das ist dein Kampf. Denk dran, weiter, okay? Er hat jetzt Angst, du musst weiter so machen. Hörst du mich? Hörst du mich? Das ist dein Kampf, der gehört dir, okay? Er ist müde, er ist erschöpft. Du schaffst ihn jetzt. Er klammert immer wieder, aber er ist müde jetzt. Weiter, Johnny, so. Die Mehrzahl der Treffer bei Nikolai Valuja. Vielleicht ist das gelegentlich bei den Punktrichtern auch mit ausschlaggebend. Aber die etwas spektakuläreren Hits, die hat bisher John Ruiz gehabt. Auch in der eben abgelaufenen siebten Runde war das gegen Ende hin wieder swing. Gut, guter linker Jab jetzt mal. Da hat der Versuch zu kontern von Ruiz. Dann wieder gehalten und abgedrückt. Das ist der Stil des Puerto Ricanos. Gut! Gut, ce back er ist. Gut, ce back! Bessere Aktion jetzt von Nikolai Valujev. Wie lange kann er anspringen, anrennen, klammern, festhalten gegen diese menschliche Wand, gegen diesen Fleischberg, gegen Nikolai Valujev. John Ruiz, das ist die große Frage, die sich in den letzten Runden dieser Auseinandersetzung stellt. Fünfmal schon ist auch Nikolai Valujev zwölf Runden gegangen. Er hat das drauf, er kann das konditionell. Die Linke oft nur herausgestellt von John Ruiz und dann ganz plötzlich der linke Kopfhaken hinterher, ohne dass der Valujev bisher entscheidend beeindruckt hätte. Aber kleine Schrammen hat er schon hinterlassen. Das war er mal, der rechte Haken zum Körper von Valujev. Besseres Boxen jetzt. Einfach soll er es halten. Was anderes kann er auch gar nicht, um das mal deutlich zu sagen. Solche Aktionen braucht er gegen den GBA-Weltmeister. Schön, jetzt mal die rechte mitgenommen. Beste Runde bisher von Nikolai Valujev. Die achte. Die hat er sich klar gesichert und erleichterter Beifall auch bei Wilfried Sauerland. Sehr gut, sehr gut hast du gearbeitet. Genauso musst du es weitermachen. Er ist schon müde. Er muss sich überwinden. Und jetzt musst du Druck machen. Links, rechts, Seite. Wo sind die Serien? Schau mich an. Links, links vor allem. Jeder Schlag zählt. Alles geht gut. Noch einmal, noch einmal. Noch pressen. Ich muss ihm Schwierigkeiten machen und die Linke schon bereithalten. Schön ruhig Blut. Also, alles steht auf dem Spiel. Du wirst Champion. Und dann mit den Schultern arbeiten. Kolja, mach das. Kolja nennt er ihn zärtlich. Sein Trainer, mit dem er zusammen im Apartmenthotel an der Berliner Herrstraße wohnt. Wenn er sich hier in Berlin vorbereitet. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Und Uli Wegner gibt darüber hinaus als Chefcoach der Stahls noch ein paar entscheidende Ratschläge. Sie sind auf dem richtigen Weg jetzt. Vor allen Dingen in der achten Runde gewesen. Mal sehen, ob er das so fortsetzen kann. Das sieht gut aus. Ist das schon der Effekt, der sich herstellt? Wenn man eben immer gegen Größe, mit anderem Schlagwinkel und gegen Gewicht bei minus 40 Kilogramm angehen muss. Aus der Sicht von John Ruiz. Oder hat er noch die Kraft, jetzt in den letzten vier Runden wieder zuzusetzen? Der Puerto Ricaner. B醉lich! Bומ! B Stockholm! B B Die Hälfte der Runde 9 hat er sich ein bisschen zurückgehalten und ist jetzt beweglicher in den Schultern. Tatsächlich tänzelt jetzt sogar ein bisschen der russische Bär. Und auch das strahlt natürlich aus. Das ist Körpersprache, das ist eine Botschaft. Auch in Richtung John Ruiz. Hey, ich bin noch da. Gut, die rechte mal eingestreut. Als Aufwärtshaken geschlagen zum Körper von Nikolai Valujev. Zwei, drei Kombinationen jetzt mal. Ruiz muss sein Glück weiter in einem Infight versuchen. Hat Valujev aber noch nicht richtig beeindrucken können. Das war eine gute Kombination. Man darf den Mann nicht abschreiben. Dreimal gegen Evander Holyfield. Gegen TNT Tony Tucker. Gegen Freso Quindo. Gegen Andrew Golota. Und gegen James Toney. Auch gegen Hasim Rockman. Er hat die Großen schon geboxt im Gegensatz zu Valujev, der nur Larry Donald hatte. Es ist weiterhin spannend, aber ein bisschen besser hat er sich jetzt Wladimir in Zähne gesetzt, Nikolai Valujev. Genauso sehe ich das auch. Nikolai Valujev ist viel aktiver geworden und weniger passiver, wie wir haben es gesehen am Anfang des Kampfes. Und ich glaube, das ist die Wende. Wenn Valujev weiter so macht, ich glaube, dann kann er ganz klar den Kampf gewinnen. Die besten Aktionen hier von Valujev. Auf der Außenbahn, die Rechte ein bisschen telefoniert. Und deswegen Möglichkeiten für John Rue, sich dort abzudecken. Und dann selbst diese Kombination. Linke aufwärts hakt nochmal. Und dann der Klammergriff. Leichte Punktvorteile jetzt für Nikolai Valujev. Wir gehen in das letzte Viertel dieses Gefechts. Die letzten drei Runden, wenn es sie dennoch alle gibt. Stan Cristodolo bisher ein sicherer Ringrichter. War auch schon als Judge dabei, als Holyfield gegen Ruiz verlor. Und Ruiz Weltmeister wurde zum ersten Mal. Spektakulär dann später seine Niederlage gegen Roy Jones Jr. Der aus dem Halbschwergewicht, wo er alle Klassenbeherrschte hochkam. Und in den Schwergewichtsgürtel entriss. Obwohl 10 Zentimeter kleiner und 15 Kilo leichter. Also wie das sein kann, weiß John Ruiz. Der jetzt aber Schwierigkeiten hat gegen den großen Mann. Und der boxt heute hinten raus sehr viel cleverer. Hat offensichtlich seine Oldenburger Lektion gegen Larry Donald gelernt. Könche, wenn es da zu kommt, eine interessante Auseinandersetzung. Werden mit unserem Experten heute mit Wladimir Gritschko. Mit dem Mann, der eigentlich den besten linken Chat im Schwergewicht hat. Gegen Nikola Vailuyev, der ja auch auf diese Waffe in erster Linie fraut. Gute Arbeit von Stengris Todolu bisher in dieser Auseinandersetzung. Und immer da, wenn er gebraucht wird. Jetzt zum Beispiel. Wenn Ruiz mit dem Kopf unten nach vorne stürzt, dann müsste noch mehr, noch exakter dieser rechte Aufwärtshaken kommen von Vailuyev, der sich stattdessen jetzt einen linken Kopfhaken fängt. Gute Aktion. Doppelte Führhand und dann die rechte. Das ist ganz einfach. Das ist Grundschule boxen. Und die haben sie ihm eingetrichtert. Und profitiert natürlich jetzt, da er bei Wilfried Sauerland unter Vertrag ist von den guten Trainingsbedingungen und von den Sparringspartnern. Das war früher anders, als er unter der Überschrift Menschen-Tiere-Sensationen in der Welt herumreiste. Wailuyev im Moment auf der Siegerstraße. Er will Weltmeister werden. Dieser Herr war es schon. Sven Otke. Und er auch. Henry Maske. Alles hier, was Rang und Namen hat heute im Boxen. Wasser, Wasser. Du musst jetzt wieder zupacken. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Du musst an ihn rankommen. Lass dir Zeit. Jedes Mal, wenn du einmal schnittst rechts, dann musst du sofort nachsetzen. Immer eine Kombination. Und diese Distanz. Du musst die Distanz wahren. Sonst wird das ein Problem für uns. Lass das nicht mit dir machen, Johnny. Okay? Also, weiter jetzt. Norman Stone in der Ecke von John Ruse. Glaubt noch dran. Natürlich, mit 15 Jahren kam der Junge in sein Gym. Ich war da from day one, sagt er selber. Vom ersten Tag an. Er hat den Junge genommen, den keiner haben wollte. Und er ist mit ihm Weltmeister geworden. Er hat die F*** typiert. Er steht zu ihm. Er ist loyal. Und er glaubt, dass er heute hier gewinnen wird. Er hat gesagt, in der zehnten haut er ihn um. Jetzt sind wir in der zehnten. Mal sehen, ob er das schaffen kann. Denn zuletzt lag er eher etwas hin. Er hat die F***. Vielen Dank. Und genau jetzt die Aktionen von Ruiz, das hat er in den ersten Runden besser gemacht, wenn er dort den Vorwärtsgang einlegte gegen Nikolai Valujev. Und natürlich jetzt in diesem elften Durchgang auch schon konditionelle Schwierigkeiten bei beiden leichte Ermüdungserscheinungen. Das kann nicht ausbleiben. Die Führhand jetzt ungenau von Valujev. Es ist das, was wir von Anfang an erwartet haben. Kein besonders schöner Kampf, aber er dauert immer noch an. Wir sind im Schwergewicht. Beide haben das Zeug dazu, den anderen auf die Bretter zu schicken, obwohl es im Moment nicht danach aussieht. Und die Spannung ist immer noch da. Mit einer überzeugenden Schlussrunde kann hier John Ruiz den Spieß vielleicht nochmal wieder umdrehen. Im Moment sehe ich Valujev leicht vor. Beautiful kommt es aus der Ecke. Wunderbar von John Ruiz. Bessere Runde für John Ruiz. Es geht dann noch was im Schlussdurchgang. Fragt sich auch Rainer Hunold. Nicht nur Arzt, sondern auch Boxen. Du bist dabei zu verlieren. Verstehst du das? Das ist ein Titelkampf. Wach auf! Wach auf, Junge! Du bist dabei zu verlieren. Ganz klar. Den Titelkampf. Du musst ihn töten. Tot schlagen. Verstehst du? Eine Serie muss kommen. So, so, so. Wo ist das? Wo ist das? Du musst in die Seitenschläge. Immer mit der Linken zuschlagen. Das ist die entscheidende Runde. Verstehst du? Vorwärts. Du musst ihn vernichten. Entschlossen springt er von seinem Stuhl. Die letzte Runde. Und es ist noch alles drin. Das weiß auch Wilfried Sauerland. Auch John Ruiz kann hier mit einem überzeugenden Schlussdurchgang noch gewinnen. Bei einem Unentschieden behielt er den Titel. Es ist sehr eng. Beide liegen gleich auf. Diese Runde muss den Kampf entscheiden. Was für eine Spannung hier in der Halle, die den Namen des größten deutschen Boxers trägt. In der Max Schmeling-Halle zu Berlin. Gute links-rechts-Kombination von Ruiz. Haben die Kinn-Spitze von Balujev. Kommt er nochmal. Er muss jetzt kommen. Er muss jetzt alles riskieren. Ruiz hat seine schwäche Periode aus der achten, neunten Runde überwunden. Ist zurückgekommen jetzt hier. In einem Kampf, der nach wie vor technisch alle Wünsche offen lässt, aber Anspannung kaum zu überbieten ist. Gute Kombination von Balujev. Die braucht er jetzt. Jetzt legt er sich drauf. Er drückt seinen Gegner fast mit diesen 147 gegen 107 Kilogramm von John Ruiz. Der russische King Kong, wie Norman Stoning genannt hat, der Trainer von Ruiz, kämpft mit allem was er hat, auch mit seinem Körper. Beide versuchen jetzt in der letzten Minute dieses Gefächtes alles aus sich herauszuholen. Die Glocke rettet nicht in keiner Runde bei der WBA. Es wird unsauberer, klar, es ist nur noch Wille, kaum noch Technik. Wer hat hinten heraus in den letzten 30 Sekunden noch die größte Kraft? Schwere Rechte an den Kopf von Ruiz, von Balujev. War das vielleicht schon ein Art Siegschlag? Jetzt muss er nachsetzen. Jetzt muss er bedingungslos da sein. Ruiz beißt sich durch. Völlig am Ende, alle beide. Jetzt noch mal eine Kombination draufgelegt. Und dann ist es aus. Ich vermag es nicht zu sagen, wer gewonnen hat, auch wenn jetzt alle hier wie die Sieger in den Ring hüpfen. Er lässt sich als Sieger feiern. Und er natürlich auch. Beide mit den Fäusten oben. Die Punktrichter müssen entscheiden. Francisco Martinez aus Neuseeland, Derek Milham aus Australien und Hector Hernandez aus Mexiko. Sie haben alles gegeben. Es sah zwischenzeitlich besser aus für den Gigantin aus St. Petersburg. Aber was der Unterschied zwischen dem Größten aller Zeiten, zwischen The Greatest One with Adidas und dem Körperlich Größten, das haben Sie in diesem Kampf deutlich gesehen. Vielleicht war diese Schlagkombination von Valujev, wo er auch Ruiz einmal voll am Kinn erwischte, die entscheidende zu seinen Gunsten. Wir können darüber nur mutmaßen. Wir können nur spekulieren. Wir wollen auch noch nicht sagen, wer gewonnen hat. Wir wüssten es auch noch nicht. Wir müssen abwarten, wie die Punktrichter entscheiden. Sehr gut von der Regie, dass wir das nochmal einspielen können hier. Links und dann rechts. Bums. Und da hat er gewackelt. Da stand er unter Strom. Da war er angeklingelt. John Lewis hat sich dann aber mit seiner ganzen Routine aus immerhin ja auch 48 Kämpfen dort wieder herauswinden können. Aber vielleicht hat das den entscheidenden Eindruck gemacht. Eine Referenz an das Gastgeberland. Alle hier in den Trainingsanzügen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der Ruiz-Klepp. Da werden schon Interloos im Ring gemacht. Ich weiß nicht, wie der Herr von der Presse dort reingekommen ist. Julio Spagnoli, der Cut-Man, der ein bisschen Arbeit hatte bei Nikolai Valujev. Aber beide nicht allzu schwer gezeichnet. Das sah Valujev nach dem Kampf gegen Larry Donald anders aus. Es wird immer noch gezählt. Es scheint eng zu sein. Manuel Gabrielian hier direkt vor uns. Hängt über das Seil herüber. Macht ein zuversichtliches Gesicht. Aber so hat er sich auch gefreut. Schon vor dem Kampf. Und er freut sich sowieso immer. Mr. Grins, Don King. Respekt vor der kämpferischen Leistung beider. Das geht für John Roos, den 33 Jahre alten genauso wie für den 32 Jahre alten Nikolai Valujev. Diese 147 Kilo, die muss man erstmal bewegen. Über zwölf Runden. Und jetzt müsste es eigentlich soweit sein. Ralf Schulz. Meine Damen und Herren, wir sind soweit. Wir können zum Urteil kommen. Ladies and gentlemen, we are coming to the scorecards. Franzisko Martinez aus Neuseeland wertet 114 zu 114. Hector Hernandez aus Mexiko wertet 116 zu 113. Und Derek Milham aus Australien wertet 116 zu 114. Und der Weltmeister heißt, the world champion is Nikolai Valujev. Also, our model showdown, we are coming to the top of the top of the top of the top of thehh. Aber ich glaube, man kann die Entscheidung vertreten. Es war kein großer Kampf.